Da kommen wir auf der einen Seite hoch. Und auf der Seite nirgendwo hin. Okay. Oh, die haben uns entdeckt. Oh, die haben uns entdeckt. So. Kampfmesser der Soldaten brauche ich nicht unbedingt. Oh. Hm. Ah. Scheiterrätsel. Okay, ich habe jetzt so wild rumgedrückt, weil ich gucken wollte, welcher Schalter eigentlich was an und aus macht. Aber das hat gereicht. Kein Essen erlaubt. Das sieht bedrohlich aus. Nach Bossraum schon wieder. Okay, hierfür brauche ich die Gladi. Wo ist sie? Okay. Das ist eine Bossfight, äh, so eine Art, äh, Fight-Arena. Okay, wenn aus jeder Seite nur einer rauskommt, sollte das noch, also ein Paar rauskommt, sollte das noch gehen. So, solange es so ein kleines Paar ist. Wenn nicht, dürft's lustig werden hier. Oh, genau. Okay. Ja. Ja. Äh, langsam wird's kritisch. Okay, jetzt wird's aber wirklich viel. Auf einmal. Aber wenn ich Glück habe, ist das jetzt langsam das Ende. Falsch gedacht. Falsch, Falsch. Ich bin auch weggeklar, aber nachher mein Essen wieder. Das finde ich nicht schön. Okay. Okay. Gut, wenn es immer nur zwei sind und nicht mehr... ...sollten wir das einigermaßen aushalten können... ...und das wird etwas knapp. Okay. Aber es kommen tatsächlich immer nur zwei. Das ist gut. Okay. 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 Heiler ist tot. Das wird knapp. Ich glaube, das schaffen wir nicht. Laden wir das Autosave. Ich glaube, das ist nämlich das letzte, wo gerade die Höllenmutter da rausgerannt kommt. Ja, da kommt sie. Ich glaube, ich muss sie ein bisschen hin und her taunten. Oder ich muss einfach noch einen Heiltrank auf meine Heilerin packen. Okay, ich laufe jetzt einfach mal querfett ein vor ihr weg. Ah, sie hat wieder einen Tick drauf. Das wird der Grund sein. Das wird der Grund sein. Das ist bloß meine Heilerin in Ruhe, du zu groß geratenes Riesenscheißteil. Weitere Ressourcen verbrauchen. Definitiv weiter Ressourcen verbrauchen. Am besten noch eine Hust Potion und eine Quit Potion. Das wird der Grund sein. Das wird der Grund sein. Genau. Da konzentriere dich auf meinen Tank. Da kommt schon die nächste Sau. Ach, nichts riskieren. Bitte sei du endlich die Letzte. Das war's. Der Boss... Ah, der Boss kommt. Okay. Der Boss... Okay, der Boss geht einigermaßen. Vor allem, wenn er drei Ticks drauf hat. Okay, der Boss geht einigermaßen. Dieser Barbar war Darn-Loh. Er bekam seinen letzten Kampf. Befall er allen Sklaven und Besten uns anzugreifen. Könnte sein, aber auch er war wie alle anderen angetroffenen Gefangenen auf und nicht mehr er selbst. Trotzdem gut, dass er weg ist. Sacken wir den mal ein. Und dieses Schwert hier ist ein Haupthandschwert für unseren Tank. Gut, aber da ich... Achso, ja, ich hab neu geladen, gell? Nö, das Schwert. Gehört dahin. Gut. Speichern wir hier jetzt erstmal. Das ist LP 010. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Oder irgendwann, wenn ich mich vor dem Kampf verrückt hab. Bis dennne.